Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14, wie in Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert, ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sitzam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Heute geht es um ganz etwas anderes, als worum es eigentlich geht. Ein Zeuge wird zur Hauptperson, der königlich-bayerische Lokomotivführer Ludwig Festl mit seinem Heizer Alois Brunner. So, ich heiße Sie nochmals, herzlich willkommen Herr Brunner, ich würdige Ihr Interesse als Eisenbahnrat an diesem an sich ja völlig belanglosen Verfahren, das nur infolge einer Nichtigkeitsklage des Herrn Abgeordneten Paulus, Gastwirts von Biburg, wieder in Gang kommen soll. Ja, dadurch, dass der Zug Nummer 12-54 am 9. Juni 1912 auf der Station Biburg nicht angehalten hat, konnte mein Mandant, der Herr Abgeordnete und Gastwirt Josef Paulus, den an diesem Tage angesetzten Gerichtstermin hier in Geisbach um 10 Uhr nicht wahrnehmen und es ist in der Vaterschaftssache ein Versäumnisurteil ergangen. Natürlich geht es wie üblich nur ums Geld, nicht weil nur darum, wer zahlen soll, nicht um die Vaterschaft selber. Gehen wir rein, meine Herren. Ja, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn ich der ganzen Verhandlung gewissermaßen als beobachtender Hospitant beiwohnen könnte. Das trifft sich ausgezeichnet, Herr Baron, ich kann Ihnen einen hervorragenden Platz anbieten, der Herr Staatsanwalt ist nämlich heute nicht da. Ja, bitteschön. Ich danke Ihnen. Bitteschön. Achtung, das königlich bayerische Angstgerät. Morgen, Herr Sätzen. Oh, Herr Baron, bitteschön, hier rüber. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, ich muss zugestehen, dass wir infolge des Schalldieters Herrn Beklagten, beziehungsweise heutigen Klägers, das Herrn Abgeordneten, tatsächlich an dem Verfahren interessiert sind. Ja, es sein müssen. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen, Herr Baron? So, darf ich beginnen? Ich bitte darum. Ja. Am 9. Juli dieses Jahres erging Versäumnisurteil in der Vaterschaftsklage Walpertinger Rosa contra Paulus Josef, beide aus Biberg. Ja, Herr Paulus, warum haben Sie denn keinen Antrag auf Wiedereinsetzung gestellt, wenn Sie tatsächlich beweisen können, dass Sie durch ein unabwendbares und unvorhersehbares Ereignis damals am Erscheinen zum Gerichtstermin verhindert worden sind? Ja, da fragen Sie nur lieber die königliche Eisenbahn. Weil mich trifft an derer Vaterschaft überhaupt keine Schuld mehr. Er meint die Zahlungsverpflichtung natürlich. Ja, Herr Doktor sagt es auch. Die Eisenbahn sagt er, die muss zahlen oder abfinden. Ja, es sei denn, wir haben heute Erfolg. Und da melde ich, Herr Doktor, Zweifel an. Das ist mir wurscht. Ich halte mir an die Bahn. Und 16 Jahre lang muss die Bahn zahlen. Da gibt es überhaupt gar keinen Radi. Oder Bauabfinden. Herr Kläger, erlauben Sie einen kleinen Einwand, Herr Präsident. Sie scheinen da einem äußerst fatalen Irrtum zu obliegen. Ihre Vaterschaft hat doch nicht das Geringste mit der königlich-bayerischen Eisenbahn zu tun. Und hartsträubend ist allein der Brief, den der Herr Abgeordneter an uns geschrieben hat. Er müsste bei den Akten liegen. Das stimmt ja, den habe ich hier. Das ist wirklich ein Meisterwerk. Versuche ihn zu entziffern. Biburg, den 28. September, so hatten Sie mal eine andersgültige Eisenbahnministerie in München. Lieber Herr Minister von Seidlein, nachdem Sie durch Ihr eigenes Verschulden meine Vaterschaft bei der Rosa, Ihrem Dirndl, verschuldet haben, weil mich euer Zug nicht zum Gericht gebracht hat, übersende ich Ihnen die Rechnung von der Rosa für eine Abfindung von 4.000 Mark. Hören Sie die Gedankengänge des Herrn Paulus? Ja. Stelle Ihnen ein Heim, das Geld mir zu zahlen in München, wenn ich wieder im Parlament bin, oder es gleich der Rosa Walpertinger Gastronomiebedienstete zu Biburg zu schicken. Es grüßt Ihnen hoch, achtungsvoll, etc., 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 brav. Und Sie, Herr Doktor, wollen sowas unterstützen, wie? Ja, ich hab's ja schon einmal gesagt, Herr Vorsitzender, es sei denn, wir haben heute Erfolg. Mein Mandant hat Aussichten, in der Hauptsache davon zu kommen. Wenn Sie unter der Hauptsache die Vaterschaft verstehen, dann glaube ich das nicht, Herr Doktor. Frau Walpertinger übrigens auch nicht, und das mit Recht. Natürlich, Zeit muss es werden, Herr Rath. Einer, lass es nicht gut sein. Eben. Und eine Abfindung wären wir halt schon lieber für das Geld klar, weiß ich, jetzt im Monat. Da muss ja der Rechte im Rosa, man muss ja an den Zins auch denken, nicht? Mit einer Abfindung wär's freilich besser dran. Hören Sie sich das an, Herr Barron. Langsam, Herr Paulus, ganz langsam, von Ihrer Vaterschaft, von der Vaterschaft, von der Vorsicht der Weise sagen, ist überhaupt noch nicht die Rede. Vaterschaft hin oder her. Rechtsmasse trifft es jetzt selbst als die Eisenbahn, und die hat die Vaterschaft zum Drang. Ihre Vaterschaft, das ist ja ungeheuerlich. Also, erlauben Sie bitte, mein Herr. Dir endlich ist ja so viel brav. Darauf war ich nicht gefasst, Herr Präsident. Es geht mir hier doch nicht um diese ominöse Vaterschaft. Es geht mir doch einzig und allein um die Hintergründe einer Fahrplansverfehlung des 12-54 Landshut Geisbach vom 9. Juli dieses Jahres. Begangen auf der Station Biburg um 9 Uhr und 15 Minuten. Ja, mir geht's auch darum, Herr Barron, wenn auch aus anderen Gründen. Herr Paulus muss zuerst einmal auf jeden Fall schlagend beweisen, dass der Zug tatsächlich in Biburg nicht gehalten hat. Richtig, er muss erklären und beweisen können, jawohl. Der Lokomotivführer nämlich, Herr Festl-Ludwig und sein Heizer Brunhuber A. Louis. Ja, also, Sie können sich nicht erinnern. Und der Zugschaffner, Oedmaier Martine, hat desgleichen eine sehr blasse Erinnerung an eine etwaige Verspätung, aber doch gar keine an ein Durchfahren ohne Anhalt an der Station Biburg. Herr Amtsgerichtshar, im Namen meines Amtsorgans des Königlich-Bayerischen Verkehrsministeriums verlange ich einen klaren Erweis einer Fahrplansverfehlung des 12-54 vom 9. Juli dieses Jahres. Einen klaren und sehr einleuchtenden. Ich danke. Herr Hubertus Baron von Sindelfing, ich bedanke mich ebenfalls für die Präzision Ihrer sehr detaillierten Ausführungen. Nun zur Sache. Herr Paulus, haben Sie außer Ihrer ziemlich dreisten Behauptung, der Zug sei tatsächlich in Biburg damals durchgefahren, irgendeinen glaubwürdigen Beweis dafür, dass ein unabwendbares und unvorhersehbares Ereignis Sie gehindert hat, am 9. Juli 10 Uhr vormittags zum Vaterschaftstermin zu erscheinen? Nein, Sie haben ihn nicht. Die Nichtigkeitsklage ist somit abgewiesen, die Sitzung ist geschlossen. Ja, nur langsam, Herr Amtsrichter. So schnell schießen nicht einmal die Presse. Aber, Herr Vorsitzender, selbstverständlich haben wir Beweise. So sind Beweise? Ja, erstens ist mein Mandant am 9. Juli tatsächlich nicht zur Verhandlung erschienen. Aber doch, doch. Ja, und zweitens, Herr Vorsitzender, haben wir einen Zeuge. So, so einen. Fünf, ich hab' ich. So. Jetzt möchte ich fragen, warum ist denn Fräulein Walperdinger, die damalige Klägerin, die Kindsmutter, pünktlich zu dem Vaterschaftstermin erschienen? Sie wohnt doch auch in Biburg, nicht? Dürfte denselben Zug benutzt haben. Nein, sie ist bei ihrer Schwester zu Geißbach schon dreidank heringewiesen. Besuch's weiß. Ja, das stimmt. Lassen Sie einen Kurbi rufen, Herr Rath. Der Kurbi ist eine Respektsperson. Naja, der wollte nicht mehr aussteigen in Biburg, weil er ein Roskaffer wollte beim Viehbeck. Mein Klient meinte, den Zeugen Held Korbinian, Pferdehändler. Ja, amtsbekannt. Ist das Ihr stärkster Trumpf, Herr Doktor? Ja. Naja, bitte schön, von mir aus. Wachtmeister, rufen Sie mir den Zeugen Korbinian Held herein. Den Zeugen Held Korbinian, jawohl. Ach, ich habe diverse Zeugen mitgebracht und zur Einvernahme bereitgestellt. Darunter den betroffenen Lokomotivführer Fest von Rubich und Brunnhuber Alois. Ich danke. Ja. Ich habe ja selber einen Verlust gehabt durch die Eisenbahn damals. Mir hat die Sturten geklaut der Brunner Säpperl vor der Nase weggekauft. Und warum? Weil die Hans Wurschen im Biburg nicht angehalten haben. Und warum nicht? Weil sie nicht aufgepasst haben. Und warum haben sie nicht aufgepasst, ha? Nein, ich werde das dem Gericht genau erzählen. Ich kenne die Gründe. Ich kenne gut, diese Gründe. Und darum muss mir die Eisenbahn auch zahlen. Der Zeuge Held Korbinian, Rosshändler vom hier. Ge weiter, Korbi. Wir sind dran. Was ist er für einer der Eisenbahnminister? Meinst du, dass er zahlt? Komm, komm, Korbi. Das Gericht wartet nicht. Nicht von einem glatt 300 Mark. Noch lassen kann ich alleweilen noch. Ja, geh weiter. Minuten. Abfahrt in Sälenau noch eine Uhr fünf Minuten. Ankunft in Bibburg neine fuchzehne. Abfahrt dort zu höchst neine zwanzige. Ankunft in Römerding neine fünferzwanzige. Ja, so stimmt's dabei. Bleibe. Abfahrt in Landshürt siehne fünferdreisige. Ankunft in Bundelhausen siehne fünferzwanzige. Es stimmt ja alles. Wir können fahren. Auf geht's! So, so. Und das soll alles am 9. Juli gewesen sein. Beim Fieberg wollten Sie eine Stute kaufen. Beim Haar war es einen Wallach. Und beim Mittermeier einen Hengst. Ja, und beim Wimmerzwimm noch einen Jahrling, Herr Rott. Einen ganz, einen schönen Jahrling. Das auch noch so. Ja, der Wimmer ist ja bekannt für seinen Jahrling, nicht? Also an dem hätte ich glatt einen Hunderter verdient. Mindestens einen Hunderter. Unglaublich. Ganz unglaublich. Jawohl, Herr Minister. Und wenn ich diesen Jahrling in München verkaufe, dann verdiene ich 200 Mark. Und das sind Verluste, meine Herren. Gewaltige Verluste. 600 Mark Verlust in der Handelsschaft herat. Das sind Gelder. Das sind sogar für mich Gelder. Herr Hälse sind hier Zeuge. Und aus solcher haben Sie hier keine Ansprüche anzumelden. Sie haben hier nur zu bestätigen, dass der Zug Nummer 12-54 an der Bahnstation Biburg am 9. Juli vormittags 9 Uhr nicht angehalten hat. Und zwar haben Sie das glaubwürdig darzulegen. Ja, bin ich vielleicht nicht glaubwürdig, Herr Rott. Sie mit mir treiben die größten Ehrenmänner vom ganzen Bezirk Geisbach ihre Handelsschaften, gell? Haben Sie mich nicht verstanden, Herr Hälse? Sie sollen hier nur aussagen, ob Sie in dem fraglichen Zug gesessen sind und ob dieser selbige Zug in Biburg nicht angehalten hat. Weiter gar nichts. Jawohl, genau so was. Also, Herr Rott, ich komme von Landshut her, weil ich da Tag zuvor den letzten Zug versäumt habe und wollte in Biburg aussteigen, indem ich dort selbst mehrere Handelsschaften abschließen hätte sollen. Ja, die Bauern haben ja schon gewartet auf mich. Und jetzt komme ich wieder nicht. Jetzt haben Sie natürlich einen Regresser der Konkurrenten verschäuben. Das ist ja logisch. Ja, das ist ja verstanden. Ja, und da draußen sitzen meine Zeugen dafür. Und einen Verlust von 600 Mark möchte ich von der Eisenbahner Sitz kriegen. Im Bar, in Schäck oder in Wechsel. Das ist mir wurscht. Ich nehme alles. Ja, und ich möchte jetzt von Ihnen kein Wort mehr hören, Herr Held. Sie nehmen jetzt da Platz, gell? Ihre Vernehmung ist beendet. In Ordnung. Wir müssen ja abhafen. Die sind da belähten, wo nichts drungen ist, als mehr der Bopperticket. Habt ihr nicht verstanden? Sie sollen sich setzen, habe ich gesagt, Herr Held. In Ordnung. In Pertin. Keinen ausgediebten Ackergaul würde ich diesem Kerl verkaufen. Ich bitte um das Wort, Herr Präsident. Aber selbstverständlich. Ich möchte das Gericht darauf aufmerksam machen, dass mir dieser Zeuge des Klägers einen äußerst unglaubwürdigen Eindruck hinterlassen hat. Tja, da haben Sie sich nicht getäuscht, Herr Vernehmung. Na, na, Herr Hubertus. Baron von Sintelfing, Major, ade und königlicher Eisenbahnrat. Ich beobachte Sie jetzt schon die ganze Zeit. Ach, ja. Sie haben keine Ahnung im Umgang und in der Beurteilung von ländlichen Pferdehändlern. Ich gebe zu, Herr Vorsitzender, dass der Zeuge im Moment seine Situation etwas ausnützt. Aber... Das ist aber sehr euphemistisch ausgedrückt, Herr Doktor. Ha, 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 unsere Viehhändler. Das sollten Sie mal 30 Jahre lang hier mitmachen, Herr Baron. 30 Jahre lang mit dem Mann. Ja, trotzdem stehe ich jetzt auf die Einvernahme meiner Zeugen. Das ist ja... Verständlich ist ja im Augenblick Festl-Ludwig, Lokomotivführer, Brunnhuber, Arnus Heizer und Ödmeier-Martin Zugstrafflein. Richtig, ja. Ich bitte darum. Herr Rachtmeister, haben Sie verstanden? Die Zeugen von der Eisenbahn. Ja. Ja, und ich sage es gleich vorweg. Meine Herren können sich nicht erinnern, nicht angehalten zu haben in... Biburg? ...in Biburg am 9. Julius des Jahres. Wir werden also beweisen, dass eine Fahrplansverfehlung seit der königlich-bayerischen Eisenbahn nicht stattgehabt hat. Das heißt, meine Herren haben in... In... Zimmerskarte in Biburg? Haben angehalten in Biburg. Jawohl. Das kann ich nicht genau sagen, Herr Minister, warum die in Biburg nicht angehalten haben. Weil nämlich die Bahn in Biburg nur einen Haltepunkt als Bahnhof hat. Jawohl. Nur einen Haltepunkt. Und dabei muss Mürzl in Biburg ja jeder Schneidzug halten. Ich bitte erläutert ums Wort, Herr Racht. Aber selbstverständlich... Ja, also, der Bahnhof Biburg rangiert rangmäßig als Bahnhof 7. Klass, als sogenannter Hilfshaltepunkt. Es ist allerdings... Wasi, wasi, nicht einmal eine Bahnhofsrestauration gibt's in Biburg. Es ist allerdings vorgesehen, dass... Die Zeichen von der Eisenbahn. Ich danke schön. So, bitte, meine Herren, kommen Sie näher. Haben wir Ehre? Sie sind der Herr Fesl. Der Herr Lokomotivführer, ja. Und? Und Sie, der Herr? Brunhofer, alles. Heizer und? Ötmeier, Martin, Zugschaffner. Ausgezeichnet, meine Herren. Also, dann gehen wir's an. Meine Herren, Sie brauchen ja nur die Wahrheit zu sagen. Wir haben in Biburg angehalten. Pünktlich und exakt. Äh, es scheint... Ruhe, bitte. Es scheint am Platz vom Herrn Staatsanwalt zu liegen, der verführt offensichtlich zur Strenge. Bitte schön, Herr. Warum? So, Herr Fesl und meine Herren, wir respektieren es. Sie haben einen sehr, sehr verantwortungsvollen Beruf. Ein Beruf, der hohes technisches Können von Ihnen verlangt, der sehr strapaziös ist und ungewöhnliche Pünktlichkeit erfordert. Ja, da spielen Minuten eine große Rolle, nicht? Das ist wahr. Seit 1887 haben mir Lokführer die Eisenbahneruhr. Da sind sogar die Minuten drauf. Ja. Wenn Sie es sehen wollen. Aber selbstverständlich. Tja, das habe ich es leider nicht dabei. Ich hätte es Ihnen ja gerne gezeigt, aber ich habe es auf der Lok liegen lassen. Danke, danke, Herr Fesl, es macht nicht, kommen Sie bitte einen Schritt näher. Ich glaube es Ihnen auch so. So, jetzt, meine Herren, bitte gut aufpassen. Erinnern Sie sich an den 9. Juli, ja? Und zwar die Zeit ungefähr 9 Uhr 15 Minuten vormittags, ja? Haben Sie da Ihren Zug in Biburg zum Anhalten gebracht? Und wenn nicht, warum nicht? Mein Herr Ratschans, ich halte auf der Strecke Landzug-Geisbach jeden Tag 14 Mal an. Mhm. Jeden Tag. Ich komme wirklich nicht daran erinnern, dass ich mich nicht angehalten hätte. Ah, schön. Also Sie erinnern sich daran, angehalten zu haben. Was heißt erinnern? Erinnern schon? Schon. Meine Herren, es war sehr, sehr, sehr heiß an dem Tag. Es war Hochsommer. Das ist wurscht. Das Wetter ist bei uns auf der Maschine ganz wurscht. Denn bei uns ist es im Winter genauso heiß als wir im Sommer. Und der Herr Brunnhuber, der Heizer, der erinnert sich auch an den 9. Juli, an das Anhalten in Biburg, oder nicht? Ich meine schon. Ich meine schon. Sie meinen also, sich zu erinnern oder angehalten zu haben? Ja, ich meine schon. Angehalten, Herr Brunnhuber? Ja, das kann schon sein. Meine Herren, bitte, wenn Sie versuchen würden, sich mit Ihrer gewohnten Eisenbahnerpräzision auszudrücken, es geht schließlich um keine Bagatelle. Oder ist ein Kind vielleicht eine Bagatelle? Und wenn die Bahn nicht zahlt, dann müssen Sie da zahlen, meine Herren. Ich bitte um Ruhe, Herr Paulus. Meine Herren, die Sache ist nämlich gar nicht so einfach. Der Herr Abgeordnete glaubt, es sei eine praktikable Lösung, die Vaterschaft, sprich Zahlungsverpflichtung, auf Sie abzuwälzen. 16 Jahre lang müsst ihr zahlen, gell? Oder es findest du im Oslo mit 4.000 Mark. Weiter meint er, Sie könnten sich ja in die Summe teilen, meint er, der Herr Abgeordnete. Das Kind ist ja so viel brav. Und der Schöne wird es auch, das kennt man jetzt schon. Na, na, also, wir sind ja in Biburg noch nie, nie ausgestiegen. Wir steigen ja gerade in Landshut aus und dürfen in Geisbach. Da hast du recht. Insofern, dass wir in Biburg noch nie nicht angehalten haben, können wir der Vater von der, ihren Kind da gar nicht sehen. Wir steigen ja nur in Landshut aus. Und der wie in Geisbach. Also, verzeihung, diese Frage scheint mir also quasi außer Frage zu stehen. Trotzdem muss ich Sie fragen, meine Herren, sind Sie nicht vielleicht doch durchgefahren am 9. Juli durch Biburg? Ja, freilich sind Sie durchgefahren. Ja, glauben denn die Herren von der Bahn, wir sind Deppen und Fantasieren? Ja. Ich bin der Wirt von Biburg und Parlamentarier. Was? In Biburg gibt es ein Wirtzhaus? Jawohl, und ich bin der Wirt. Ich muss aber weiter wegstehen vom Bahnhof. Ach was, keine fünf Minuten. Fünf Minuten? Das ist zweit. Hoppala, hoppala, jetzt haben Sie sich verriert. Jetzt sind Sie aufgekommen. Unglaublich. Es tut mir leid, Herr Baron, ich möchte Ihren Disziplinarmaßnahmen natürlich in keiner Weise vorgreifen, aber das ist ja nun wirklich eine Bagatelle. Die Herren sind durchgefahren, bitteschön, geben Sie es zu. Mehr als eine Rüge wird schon entsetzen, aber Ihr Geständnis ist für unseren Prozess von sehr großer Wichtigkeit. Herr Rath, Herr Rath, Sie sind durchgefahren, weil es in Biburg keine Bahnhofsrestauration gibt. Und warum gibt es keine? Weil der Paulus Peppe keine zulässt. Und darum ist Biburg auch nur ein Haltepunkt. Das liegt nur an der Restauration, Herr Rath. Das habe ich immer schon gesagt. Der Lokführer braucht sein Bier, da hilft alles nichts. Herr Held, bitte nehmen Sie wieder Platz. Die Herren von der Eisenbahn können selber reden, wenn auch vielleicht nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie Sie. Nicht wahr? Ja, setzen Sie sich. So, meine Herren, bitteschön, warum sind Sie in Biburg durchgefahren? Mein Gott, Biburg ist geil, was Sie? Die Krüge waren leer. Ja, und zehn Minuten Verspätung können wir uns nicht leisten. Und erst, Frau Amadeg, haben Sie wieder eine Bahnhofsrestauration. Und da steht auch jedes Mal gleich der Wirtshausl mit der frischen Maß vor der Maschine. Ja, aber das geht ganz schnell. Da werden nur die Krüge austauscht. Ich habe noch niemals eine Verspätung gehabt wegen Bierfassen. Noch niemals. Ja, sehr gut, sehr schön, meine Herren. Sie sind also durchgefahren in Biburg, weil die Maßkrüge leer waren, weil die wieder aufgefüllt werden mussten und weil das, wie Sie glaubten, erst in Rämerding wieder möglich war. Ja, aber das muss wahr sein, dass er da der beste Horzer ist, wenn er sein Bier hat. So weit kann ich Herrn Reger gar nicht auftragen, dass am Brunnhöber alles in der Dampf ausgibt. Ja, danke schön. Danke, Herr Lokomitivführer, meine Herren. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Der Nichtigkeitsklage des Herrn Paulus gegen das Versäumnisurteil in der Vaterschaftssache wird stattgegeben. Ich hätte aber jetzt ganz gern das Wort Nichtigkeit aufgegriffen und vorgeschlagen, dass wir unter diese nicht so sehr schöne Geschichte einen dicken Strich ziehen. Herr Paulus, Sie sind doch ein rüstiger Witwer, noch ein recht strammes Mannsbild, nicht? Und Freund Rosa ist ja auch nicht grotzwieder, nicht? Wie wär's, wenn Sie sich entschließen könnten, sich etwas anders zu besinnen, die Hauptsache und vielleicht noch einiges darüber hinaus anzuerkennen und uns dann bald alle zur Hochzeit einzuladen. Wie wär das? Was? Ich soll ihn nun mal heilen. Ach, die O-Bil jetzt bei einem Kellnerin. Na, nix da. Die Eisenbahn, die muss zahlen. Und zwar eine Abfindung von Bahn 4.000 Mark. Und das da auf den Tisch, Herr Eisenbahnuntergang. Oh, jetzt ist es sinnlos. So, jetzt war es sinnlos. Was die Herren selber einstanden haben, das war laut der Durstelgehaltnahme in Biburg. Ja, spinne den! Ganz einfach ist es wirklich nicht, Herr Paulus. Schauen Sie, das Versäumnisurteil ist durch das Geständnis der Herren aufgehoben. Und gerade dadurch ist die Eisenbahn nicht mehr regresspflichtig zu machen. Ja, aber man muss doch das auch nicht... Einen Augenblick, Herr, das Ganze wird noch ein Nachspiel haben. Ja, aber bitte... Herr Lokomotivführer, Sie wissen sehr wohl, dass geistige Umnebelung mittels alkoholischer Getränke auf der Lokomotive mit einem strengen Verweis geahndet wird. Zwölf solcher Verweise, Herr Ludwig-Vetzel, und Sie werden um eine Gehaltsstufe zurückversetzt. Ja, wissen Sie ja nicht, meine Herren, dass das königlich-bayerische Verkehrsministerium gegen den Durst auf den Lokomotiven in jeder Lokomotivenhalle ganze Kisten von Krachen, das heißt, Strudeln, zu stehen hat. Vielleicht fragen Sie, meine Herren, warum bedienen Sie sich nicht damit? Aber, mein Herr Baron, schauen Sie, aus Wasser wird doch auf der Maschine dampft. Nicht wahr? Und der Dampf verdampft. Nein, nein, uns kann wirklich nur das Bier helfen. Augenblick, meine Herrschaften. Ich glaube, mich nicht zu täuschen, dass sich die Kontrahenten, wenn ich sagen darf, die ehemaligen Kontrahenten in der Hauptsache jetzt recht gut verstehen. Ich meine, wir können gratulieren, meine Herren, an unseren guten Wünschen. Soll es nicht fehlen, Herr Abgeordneter, Freund Rosa, ja? Um Gottes Namen, Herr Rosa, weißt du? Es ist ja sowieso alles, sonst aber Stinger tut ihm ein Fall. Kreisle, das sage ich dir. Äh, die hängt ja nix, Peppi, ich hab doch sein für 1000 Mark auf der Seite. Was tust du für 1000 Mark? Ha? Ja, dann pfeift mal auf das Geld von der Eisenbahn. Bei zwölf Rügelpunkten, meine Herren, gibt es eine Rückversetzung. Ja, noch, wenn's Biburg keine Restauration haben. So, und jetzt baue ich in Biburg eine Bahnrestauration. Brauchst, brauchst, sehr gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Sitzung zu schließen. Das Leben geht weiter. Ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat Emil Mandel geschickt. Wir haben ja sagen lassen, ein Lokomotivführer dringt auf der Strecke Geisbach-Lanzu zum Beispiel, also innerhalb von drei Stunden, bis zu sechs Maß Bier. Also bei dieser Verdampfung, mir wär's ja zu viel. Ich fahr sowieso lieber mit dem Schösserl von Herrn Egon. Ja, zum Morgen. Brauchst, brauche ich. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse und Menschlichheit. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich-bayerischen Amtsgericht. Angriff. Ja, zum Morgen. Außer Frage zu stehen. Trotzdem muss ich Sie fragen, meine Herren, sind Sie nicht vielleicht doch durchgefahren am 9. Juli durch Biburg? Ja, freilich sind Sie durchgefahren. Glauben denn die Herren von der Bahn, wir sind Deppen und Fantasieren? Ich bin der Wirt von Biburg und Parlamentarier. Was? In Biburg gibt es ein Wirtshaus? Jawohl, und ich bin der Wirt. Ich muss aber weiter wegstehen vom Bahnhof. Ach was, keine fünf Minuten. Fünf Minuten? Das ist zweit. Hoppala, hoppala, jetzt haben Sie sich verriebt. Ihr seid aufgekommen. Unglaublich. Es tut mir leid, Herr Baron, ich möchte Ihren Disziplinarmaßnahmen natürlich in keiner Weise vorgreifen, aber das ist ja nun wirklich eine Bagatelle. Die Herren sind durchgefahren, bitte schön, geben Sie es zu. Mehr als eine Rüge wird schon entsetzen, aber Ihr Geständnis ist für unseren Prozess von sehr großer Wichtigkeit. Herr Rath, Herr Rath, Sie sind durchgefahren, weil es in Biburg keine Bahnhofsrestauration gibt. Und warum gibt es keine? Weil der Paulus Peppe keine zulässt. Und darum ist Biburg auch nur ein Haltepunkt. Das liegt nur an der Restauration, Herr Rath. Das habe ich immer schon gesagt. Der Lokführer braucht sein Bier, da hilft alles nichts. Herr Held, bitte nehmen Sie wieder Platz. Die Herren von der Eisenbahn können selber reden, wenn auch vielleicht nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie Sie. Nicht wahr? Sessen Sie! So, meine Herren, bitte schön, warum sind Sie in Biburg durchgefahren? Mein Gott, Biburg ist geil, weiss ich. Die Krüge waren leer. Ja, und zehn Minuten Verspätung können wir uns nicht leisten. Und erst rauen wir den, haben Sie wieder eine Bahnhofsrestauration. Und da steht auch jedes Mal gleich der Wirtshaus mit der frischen Masse vor der Maschine. Naja, aber das geht ganz schnell. Da werden nur die Krüge austauscht. Ich habe noch niemals eine Verspätung gehabt, wegen Bierfassen. Noch niemals. Ja, sehr gut, sehr schön, meine Herren. Sie sind also durchgefahren in Bibburg, weil die Maßkrüge leer waren, weil die wieder aufgefüllt werden mussten und weil das, wie Sie glaubten, erst in Rämerding wieder möglich war. Ja, aber das muss wahr sein, dass er da, der beste Horzer ist, wenn er sein Bier hat. So weit kann ich Herrn Reger gar nicht auftragen, dass am Brunnhöber alles in der Dampfhaus geht. Ja, danke schön. Danke, Herr Lokomotivführer, meine Herren. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Der Nichtigkeitsklage des Herrn Paulus gegen das Versäumnisurteil in der Vaterschaftssache wird stattgegeben. Ich hätte aber jetzt ganz gern das Wort Nichtigkeit aufgegriffen und vorgeschlagen, dass wir unter diese nicht so sehr schöne Geschichte einen dicken Strich ziehen. Herr Paulus, Sie sind doch ein rüstiger Witwer, noch ein recht strammes Mannsbild, nicht? Und Freund Rosa ist ja auch nicht grotzwieder, nicht? Wie wäre es, wenn Sie sich entschließen könnten, sich etwas anders zu besinnen, die Hauptsache und vielleicht noch einiges darüber hinaus anzuerkennen und uns dann bald alle zur Hochzeit einzuladen? Wie wäre das? Was? Ich soll nun mal heiraten? Ach, die Ahnung bin ich jetzt bei einem Kellnerin. Naja, nix da. Die Eisenbahn, die muss zahlen. Und zwar eine Abfindung vom Bauern 4.000 Mal. Ich habe einen guten Klatter Brunner Säpperl vor der Nase weggekauft. Und warum? Weil die Hans Wurschen im Bilburg nicht angehalten haben. Und warum nicht? Weil sie nicht aufgepasst haben. Und warum haben sie nicht aufgepasst? Ich werde das dem Gericht genau erzählen. Ich kenne die Gründe. Ich kenne gut, diese Gründe. Und darum muss mir die Eisenbahn auch zahlen. Der Zeuge Held, Korbinian, Rosshändler vom hier. Der Räuber Korbi, wir sind dran. Was ist er für einer der Eisenbahnminister? Meinst du, dass er zahlt? Komm, komm, Korbi, das Gericht wartet nicht. Ich will anglatt 300 Mark. Noch raus, dann kann ich alle weiter. Ja, geh weiter. Minuten. Abfahrt in Sälenau, 0,05 Minuten. Ankunft in Bilburg, 9,15. Abfahrt dort zu höchst, 9,20. Ankunft in Römerding, 9,25. Ja, so stimmt's dabei. Bleibe. Abfahrt in Landshürt, 7,35. Ankunft in Bundelhausen, 7,45. Es stimmt ja alles. Wir können fahren. Auf geht's! So, so, und das soll alles am 9. Juli gewesen sein. Beim Fieberg wollten sie eine Stute kaufen. Beim Hava einen Wallach. Und beim Mittermeier einen Hengst. Ja, und beim Wimmerzwimm noch einen Jahrling, Herr Rott. Einen ganz, einen schönen Jahrling. Das auch noch so. Ja, der Wimmer ist ja bekannt für seinen Jahrling, nicht? Also, an dem hätte ich glatt einen Hunderter verdient. Mindestens einen Hunderter. Unglaublich. Ganz unglaublich. Jawohl, Herr Minister. Und wenn ich diesen Jahrling in München verkaufe, dann verdiene ich 200 Mark. Und das sind Verluste, meine Herren. Gewaltige Verluste. 600 Mark Verlust in der Handelsschaftsherrat, das sind Gelder. Das sind sogar für mich Gelder. Herr Held, Sie sind hier Zeuge. Und als solche haben Sie hier keine Ansprüche anzumelden. Sie haben hier nur zu bestätigen, dass der Zug Nummer 12-54 an der Bahnstation Biberg am 9. Juli, vormittags 9 Uhr, nicht angehalten hat. Und zwar haben Sie das glaubwürdig darzulegen. Ja, bin ich vielleicht nicht glaubwürdig, Herr Rott. Sie mit mir treiben die größten Ehrenmänner vom ganzen Bezirk Geisbach ihre Handelsschaften, gell? Haben Sie mich nicht verstanden, Herr Held? Sie sollen hier nur aussagen, ob Sie in dem fraglichen Zug gesessen sind und ob dieser selbige Zug in Biberg nicht angehalten hat. Weiter gar nichts. Jawohl, genau so was. Also, Herr Rott, ich komme von Landshut her, weil ich da tags zuvor den letzten Zug versäumt hatte und wollte in Biberg aussteigen, indem ich dort selbst mehrere Handelsschaften abschließen hätte sollen. Ja, die Bauern haben ja schon gewartet auf mich. Und jetzt komme ich wieder nicht. Jetzt haben Sie natürlich einen Reläußer, den Kankurrent verschäuben, das ist ja logisch. Ja, das ist ja verstanden. Ja, und da draußen sitzen meine Zeugen dafür. Und einen Verlust von 600 Mark möchte ich von der Eisenbahner Sitz kriegen. In Bar, in Scheck oder in Wechsel. Das ist mir wurscht. Ich nehme alles. Ja, und ich möchte jetzt von Ihnen kein Wort mehr hören, Herr Held. Sie nehmen jetzt da Platz, gell? Ihre Vernehmung ist beendet. In Ordnung. Wir müssen ja auch kaufen, die sind da ja belähten, wo nichts genommen ist, als wie eine Poppetite. Habt ihr nicht verstanden? Sie sollen sich setzen, habe ich gesagt, Herr Held. In Ordnung. Im Pertinent. Keinen ausgediebten Ackergaul würde ich diesen Kerl verkaufen. Ich bitte um das Wort. Aufgrund einer Fahrplansverfehlung des 12-54 Landshut Geisbach vom 9. Juli dieses Jahres. Begangen auf der Station Biburg um 9 Uhr und 15 Minuten. Ja, mir geht es auch darum, Herr Baron, wenn auch aus anderen Gründen. Herr Paulus muss zuerst einmal auf jeden Fall schlagend beweisen, dass der Zug tatsächlich in Biburg nicht gehalten hat. Richtig, er muss erklären und beweisen können, jawohl. Der Lokomotivführer nämlich, Herr Vessel Ludwig und sein Heizer Brunhuber A. Louis. Ja, also Sie können sich nicht erinnern. Und der Zugschaffner, Ödmeier Martine, hat desgleichen eine sehr blasse Erinnerung an eine etwaige Verspätung, aber doch gar keine an ein Durchfahren ohne Anhalt an der Station Biburg, Herr Amtsgerichtshar. Im Namen meines Amtsorgans des Königlich-Bayerischen Verkehrsministeriums verlange ich einen klaren Erweis einer Fahrplansverfehlung des 12-54 vom 9. Juli dieses Jahres. Einen klaren und sehr einleuchtenden. Ich danke. Herr Hubertus, Baron von Sindelfing, ich bedanke mich ebenfalls für die Präzision Ihrer sehr detaillierten Ausführungen. Nun zur Sache. Herr Paulus, haben Sie außer Ihrer ziemlich dreisten Behauptung, der Zug sei tatsächlich in Biburg damals durchgefahren, irgendeinen glaubwürdigen Beweis dafür, dass ein unabwendbares und unvorhersehbares Ereignis Sie gehindert hat, am 9. Juli 10 Uhr vormittags zum Vaterschaftstermin zu erscheinen? Nein, Sie haben ihn nicht. Die Nichtigkeitsklage ist somit abgewiesen, die Sitzung ist geschlossen. Ja, nur langsam, Herr Amtsrichter. So schnell schießen nicht einmal die Presse. Aber, Herr Vorsitzender, selbstverständlich haben wir Beweise. So sind Beweise? Ja. Ja, erstens ist mein Mandant am 9. Juli tatsächlich nicht zur Verhandlung erschienen. Aber doch, doch. Ja, und zweitens, Herr Vorsitzender, haben wir einen Zeugen. So, so einen. Fünf, ich habe ich. So. Jetzt möchte ich fragen, warum ist denn Fräulein Walperdinger, die damalige Klägerin, die Kindsmutter, pünktlich zu dem Vaterschaftstermin erschienen? Sie wohnt doch auch in Biburg, nicht? Dürfte denselben Zug benutzt haben. Nein, sie ist bei ihrer Schwester als Geißbach schon dreidank heringegwehen. Besuch's weiß. Ja, das stimmt. Lassen Sie einen Kurbi rufen, Herr Rath. Der Kurbi ist eine Respektsperson. Na ja, der wollte nicht mehr aussteigen, Zbiburg, weil er ein Roskaffer wollte beim Viehbeck. Mein Klient meinte, den Zeugen Held Korbinian Pferdehändler von der Rath. Ja, amtsbekannt. Ist das Ihr stärkster Trumpf, Herr Doktor? Ja. Na ja, bitte schön, von mir aus. Wachtmeister, rufen Sie mir den Zeugen Korbinian Held herein. Den Zeugen Held Korbinian, jawohl. Ach, ich habe diverse Zeugen mitgebracht und zur Einvernahme bereitgestellt in Biburg, jawohl. Das kann ich nicht genau sagen, Herr Minister, warum die in Biburg nicht angehalten haben. Weil nämlich die Bahn in Biburg nur einen Haltepunkt als Bahnhof hat. Jawohl. Nur einen Haltepunkt. Und dabei muss mir jetzt wie beim Biburger jeder Schneidzug halten. Ich bitte ein Leutungswort, Herr Rath. Aber selbstverständlich. Ja, also der Bahnhof Biburg rangiert rangmäßig als Bahnhof siebenter Klass, als sogenannter Hilfshaltepunkt. Es ist allerdings... Wo war sie? Wo war sie? Nicht einmal eine Bahnhofsrestauration gibt es in Biburg. Es ist allerdings vorgesehen, dass... Die Zeugen von der Eisenbahn. Ich danke schön. So bitte, meine Herren, kommen Sie näher. Habe ich Ehre. Sie sind der Herr Feestl, der Lokomentivführer, ja. Und Sie, der Herr? Brunhuber, alles. Heizer und? Hübmeier, Martin, Zugschaffner. Ausgezeichnet, meine Herren. Also dann gehen wir es an. Meine Herren, Sie brauchen ja nur die Wahrheit zu sagen. Wir haben in Biburg angehalten. Pünktlich und exakt. Es scheint... Ruhe, bitte. Es scheint am Platz vom Herrn Staatsanwalt zu liegen, der verführt offensichtlich zur Strenge. Bitte schön, Herr. Warum? So, Herr Feestl und meine Herren, wir respektieren es. Sie haben einen sehr, sehr verantwortungsvollen Beruf. Ein Beruf, der hohes technisches Können von Ihnen verlangt, der sehr strapaziös ist und ungewöhnliche Pünktlichkeit erfordert. Ja, da spielen Minuten eine große Rolle, nicht? Das ist wahr. Seit 1887 haben mir Lokführer die Eisenbahneruhr. Da sind sogar die Minuten drauf. Ja. Wenn Sie es sehen wollen. Aber selbstverständlich. Tja, das habe ich es leider nicht dabei. Ich hätte es Ihnen ja gerne gezeigt, aber ich habe es auf der Lok liegen lassen. Danke, danke, Herr Feestl. Das macht nicht. Komm, jetzt bitte einen Schritt. Na ja, ich glaube es Ihnen auch so. So, jetzt, meine Herren, bitte gut aufpassen. Erinnern Sie sich an den 9. Juli, ja? Und zwar die Zeit ungefähr 9 Uhr 15 Minuten vormittags, ja? Haben Sie da Ihren Zug in Biburg zum Anhalten gebracht? Und wenn nicht, warum nicht? Mein Herr Ratschanz, ich halte auf der Strecke Landshut Geisbach jeden Tag 14 Mal an. Mhm. Jeden Tag. Ich komme wirklich nicht daran erinnern, dass ich mich nicht angehalten hätte. Ah, schön. Also Sie erinnern sich daran, angehalten zu werden. Mein, was heißt erinnern? Erinnern schon? Äh, ja, schon. Mein Herr, es war sehr, sehr, sehr heiß an dem Tag. Es war Hochsommer. Das ist wurscht. Das Wetter ist bei uns auf der Maschine ganz wurscht. Denn bei uns ist es im Winter genauso heiß als wir im Sommer. Und der Herr Brunnhuber, der Heizer, der erinnert sich auch an den 9. Juli, an das Anhalten in Biburg, oder nicht? Ich meine schon. Ich meine schon. Sie meinen, dass Sie meinen also, sich zu erinnern oder angehalten zu werden? Ja, ich meine schon. Angehalten, Herr Brunnhul? Ja, das kann schon sein. Meine Herren, bitte, wenn Sie versuchen würden, sich mit Ihrer gewohnten Eisenbahnerpräzision auszudrücken. Es geht schließlich um keine... ...Biletten, wo nichts drungen ist, als wäre der Baupartikel. Habt ihr nicht verstanden? Sie sollen sich setzen, habe ich gesagt, Herr Heldt! In Ordnung? In Pertin. Keinen ausgediebten Ackergaul würde diesen Kerl verkaufen. Ich bitte um das Wort, Herr Präsident. Aber selbstverständlich, Herr Präsident. Ich möchte das Gericht darauf aufmerksam machen, dass mir dieser Zeuge des Klägers einen äußerst unglaubwürdigen Eindruck hinterlassen hat. Ja, da haben Sie sich nicht getäuscht, Herr Baron. Na, na, Herr Hubertus, Baron von Sintelfing, Major, ade und königlicher Eisenbahnrat. Ich beobachte Sie jetzt schon die ganze Zeit. Ach, ja. Sie haben keine Ahnung im Umgang und in der Beurteilung von ländlichen Pferdehändlern. Ich gebe zu, Herr Vorsitzender, dass der Zeuge im Moment seine Situation etwas ausnützt, aber... Das ist aber sehr euphemistisch ausgedrückt, Herr Doktor. Unsere Viehhändler, das sollten Sie mal 30 Jahre lang hier mitmachen, Herr Baron. 30 Jahre lang mit dir. Ja, trotzdem stehe ich jetzt auf die Einvernahme meiner Zeugen. Sie verständigt das Jahr Augenblick Festel Ludwig, Lokomotivführer Brunnhuber Arnuls Heitzer und Ödmeier Martin Zugstraffler. Richtig, ja. Ich bitte darum. Herr Bauchmeister, haben Sie verstanden? Die Zeigen von der Eisenbahn. Ja. Ja, und ich sage es gleich vorweg. Meine Herren können sich nicht erinnern, nicht angehalten zu haben in... Biburg. In Biburg am 9. Julius des Jahres. Wir werden also beweisen, dass eine Fahrplansverfehlung seit der königlich-bayerischen Eisenbahn nicht stattgehabt hat. Das heißt, meine Herren haben in... Zimmersreicher in Biburg... Haben angehalten in Biburg, jawohl. Das kann ich nicht genau sagen, Herr Minister, warum die in Biburg nicht angehalten haben. Weil nämlich die Bahn in Biburg nur einen Haltepunkt als Bahnhof hat. Ja, wohl. Nur einen Haltepunkt. Und dabei muss Mürzlöb in Biburg ja jeder Schnellzug halten. Ich bitte erläut ums Wort, Herr Rat. Aber selbstverständlich... Ja, also, der Bahnhof Biburg rangiert rangmäßig als Bahnhof 7. Klasse, als sogenannter Hilfshaltepunkt. Es ist allerdings... Quasi, quasi, nicht einmal eine Bahnhofsrestauration gibt's in Biburg. Es ist allerdings vorgesehen, dass... Die Zeigen von der Eisenbahn. Ich danke schön. So, bitte, meine Herren, kommen Sie näher. Aber Ehre, Sie sind der Herr Feistl, der Lokomotivführer, ja. Und Sie, der Herr... Brunhofer, alles. Heizer. Und? Hülpmeier, Martin, Zugschaffner. Ausgezeichnet, meine Herren. Also, dann gehen wir's an. Meine Herren, Sie brauchen ja nur die Wahrheit zu sagen. Wir haben in Biburg angehalten. Pünktlich und exakt. Es scheint, rohe bitte, es scheint am Platz vom Herrn Staatsanwalt zu liegen, der verführt offensichtlich zur Strenge. Bitte schön, Herr. Warum? So, Herr Feistl und meine Herren, wir respektieren es. Sie haben einen sehr, sehr verantwortungsvollen Beruf. Ein Beruf, der hohes technisches Können von Ihnen verlangt, der sehr strapaziös ist und ungewöhnlich. So weit kann ich Herrn Reger gar nicht auftragen. Dass am Brunnhöberall ist, ist der Dampf ausgleich. Ja, danke schön. Danke, Herr Lokomotivführer. Meine Herren, bitte schön, nehmen Sie Platz. Der Nichtigkeitsklage des Herrn Paulus gegen das Versäumnisurteil in der Vaterschaftssache wird stattgegeben. Ich hätte aber jetzt ganz gern das Wort Nichtigkeit aufgegriffen und vorgeschlagen, dass wir unter diese nicht so sehr schöne Geschichte einen dicken Strich ziehen. Herr Paulus, Sie sind doch ein rüstiger Witwer, noch ein recht strammes Mannsbild, nicht? Und Freund Rosa ist ja alle kratz wieder, nicht? Wie wäre es, wenn Sie sich entschließen könnten, sich etwas anders zu besinnen, die Hauptsache und vielleicht noch einiges darüber hinaus anzuerkennen und uns dann bald alle zur Hochzeit einzuladen? Na, wie wäre das? Was? Ich soll nun mal herren. Ach, die O-B-Lärs-B-Ein-Kellnerin. Na, nix da. Die Eisenbahn, die muss zahlen. Und zwar eine Abfindung von Bahn 4000 Mark. Wie sagst du das, Frau Sein-Stuh-Rappen-Berrscher? Und das da auf dem Tisch, Herr Eisenbahn-Intendant. Oh, jetzt ist es sinnlos. So, jetzt war es sinnlos. Was die Herren selber echt angenommen, das war laut der Durste gehalten haben in Biburg. Ja, spinne den! Ganz einfach ist es wirklich nicht, Herr Paulus. Schauen Sie, das Versäumnisurteil ist durch das Geständnis der Herren aufgehoben. Und gerade dadurch ist die Eisenbahn nicht mehr regresspflichtig zu machen. Ja, aber mal musst du die Sache nicht... In einem Augenblick, Herr, das Ganze wird noch ein Nachspiel haben. Herr Lokomotivführer, Sie wissen sehr wohl, dass geistige Umnebelung mittels alkoholischer Getränke auf der Lokomotive mit einem strengen Verweis geahndet wird. Zwölf solcher Verweise, Herr Louis Vettel, und Sie werden um eine Gehaltsstufe zurückversetzt. Ja, wissen Sie ja nicht, meine Herren, dass das königlich-bayerische Verkehrsministerium gegen den Durst auf den Lokomotiven in jeder Lokomotivenhalle ganze Kisten von Krachen, das heißt Sprudeln, zu stehen hat. Vielleicht fragen Sie, meine Herren, warum bedienen Sie sich nicht damit? Aber mein Herr Baron, schauen Sie, aus Wasser wird doch auf der Maschinen dampft. Nicht wahr? Und der Dampf verdampft. Nein, nein, uns kann wirklich nur das Bier helfen. Im Augenblick, meine Herrschaften, ich glaube mich nicht zu täuschen, dass sich die Kontrahenten, wenn ich sagen darf, die ehemaligen Kontrahenten in der Hauptsache jetzt recht gut verstehen. Ich meine, wir können gratulieren, meine Herren, an unseren guten Wünschen soll es nicht fehlen, Herr Abgeordneter, Freundin Rosa, ja? In Gott's Namen und Namen, Rosa, weißt du? Es ist ja sowieso alles umsonst, aber Stinger tut ihm ein viel, Kreisle, das sag ich doch. Ich denke nix, Peppi, ich hab doch sein für 1000 Mark auf der Seite. Was tust du für 1000 Mark? Ha? Ja, dann pfeift mal auf das Geld von der Eisenbahn. Bei 12 Rügelpunkten, meine Herren, gibt es eine Rückversetzung. Ja, na, wenn's Bibburg-Restauration haben. So, und jetzt baue ich in Bibburg.